Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5428 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Beim Sport hat mich jemand gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, als Model zu arbeiten. Beim Sport hat mich jemand gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, als Model zu arbeiten. Die höheren Heizkosten kann ich mir nicht leisten. Ich habe kein Geld dafür. Die höheren Heizkosten kann ich mir nicht leisten. Ich habe kein Geld dafür. Die höheren Heizkosten kann ich mir nicht leisten. Ich habe kein Geld dafür. Meine Käufe im Internet bezahle ich immer mit meiner Kreditkarte. Meine Käufe im Internet bezahle ich immer mit meiner Kreditkarte. Meine Käufe im Internet bezahle ich immer mit meiner Kreditkarte. Ich kann mehr erreichen, wenn ich auch in meiner Freizeit online bin. Ich kann mehr erreichen, wenn ich auch in meiner Freizeit online bin. Ich kann mehr erreichen, wenn ich auch in meiner Freizeit online bin. Dies ist die letzte Packung. Ich weiß nicht, wann die nächste Lieferung kommt. Die ganze Familie legt Geld zusammen. Sicherheitsmitarbeiter überwachen ein Gebäude oder ein Gelände mit Hilfe von Überwachungskameras. Sicherheitsmitarbeiter überwachen ein Gebäude oder ein Gelände mit Hilfe von Überwachungskameras. Sicherheitsmitarbeiter überwachen ein Gebäude oder ein Gelände mit Hilfe von Überwachungskameras. Das hat mir gerade noch gefehlt. Jetzt siehst du auch noch zusätzliche Probleme bei dieser Sache. Das hat mir gerade noch gefehlt. Jetzt siehst du auch noch zusätzliche Probleme bei dieser Sache. Ich verbinde den Anrufer mit der richtigen Abteilung unseres Hauses. So können Anfragen schnell beantwortet werden. Schön, dass du anrufst. Wir können uns gerne heute Nachmittag treffen. Schön, dass du anrufst. Wir können uns gerne heute Nachmittag treffen. Schön, dass du anrufst. Wir können uns gerne heute Nachmittag treffen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.